hier ist warte du kannst ja gehen den nether und dann komm raus dann bist du bei mir ja 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 am meer weil hier ist ein riesen kasten ich würde gerne gehen den nether und dann kommt raus ja so dass das muss ich beim sponsern sondern in der lobby ja ja guck mal da oben wir können ihn nicht an das an hier können wir fahren ein bisschen nehmen du kannst ja ich habe keinen bock zu schwärmen aber wir müssen halt es gibt keine andere wahl ja warte ich habe dann oder dabei ich könnte mir raketen machen ich mache mir immer guck mal ich habe raketen wenn man ganz kurz den boden berührt wird ja ihr wisst schon was ich glaube wir sollten ja mehr auf kartoffel gehen beim anbauen oder ich kann einfach zensieren bei youtube das geht ja auch ich habe kater Max, wir müssen Creeper töten. Für Raketen. Aber ich brauch die Raketen. Guck mal in meiner Hand. Hätten wir jetzt die aus. Egal, wir haben Raketen. Wir haben immer noch mal zu essen. Wir sind ja auch mehr. Nee, wir haben noch hier. Lass, komm, lass uns. Lass uns, äh, ding sind. Ich hol mir nur noch schnell essen und dann will ich mir facken. Links, guck mal. Guck mal in meine Hand. Max, guck mal, was ich halte. Warte. Dafür muss man Creeper töten. Warte, hast du das für einen Creeper, die fehlt? No, fuck. Nimm dein Schwerz weg. Nimm dein Schwerz weg. Ich hab alles nicht, aber egal. Okay. Ja, hab ich. Ach, ich geh noch was. Ja, hab ich. Aber nix, das ist so geil mit den Raketen. Wir können halt weiterfliegen und so. Ja, ich hab's nur noch. Ja, ich hab's nur noch. Oh, was. Ich hab's auch, dass mein eigenes nicht war. Okay. Aber kem ich nicht. Aber man kann halt schneller und weiter fliegen. Warte, ich hab zwei Herzen. Na. Ja, Mann. Komm rein. Komm rein. Ich hab... Der macht so wenig Damage. Macht nur einen halben Herz. Ja. Ja. Das ist jetzt mein Hund. Ich glaub ich muss вечern dann. Ich hab den Papa geil. Ich hab den Papa geil. Ähm. Komm weiter da. Wo ist der? die links nicht nicht mal Leg dich mal kurz ins Bett. Leg dich mal kurz ins Bett. Bitte. Einfach geil. Es passt halt so sehr zu meinem Skin, weil ich nackt bin. Ich glaube, das war es jetzt auch mit meiner Aufnahme. Oh! Warte, ich will den Killen. Ey, der macht so viel Zähm. Mensch. Ich bin tot, ich bin tot. Lass mal meine Items kurz... Nein. Nein. Was denn? Ey. Junge. Ey. Future Gamer war vorhin bei uns, ne? Wo sind meine Items? Also in welcher Chest? Okay. Auf der Liege der unteren, aber in der oberen, der da. Okay. Okay. sagen schon ein dorfbewohner gleich holen also genug haben wir ob sie den einsamen die weinheit ein herz ich habe selber keine ahnung welchen effekt das hat so regeneration ach so dass instant nein pilze dort drüben warte kurz es gibt eine lösung ok so visual trof so Bis zum nächsten Mal.